Uns werden mehr und mehr die Rahmenbedingungen verschlechtert, sodass ich die Ärzteschaft, dass ich keinen Nachfolger mehr finde für meine Arztpraxis. Und dafür sagt Herr Lauterbach, habe ich schon eine Lösung, dann machen wir Gesundheitskioske. Und so will er jetzt praktisch dann diese Filialapotheken mit der minderen Ausstattung eben halt einführen. Und das kriegen wir, glaube ich, halt wirklich nur sehr schwer, auch der Bevölkerung tatsächlich vermittelt, dass diese Gesundheitsversorgung, wie sie Bestand hat, dass die wirklich massiv gefährdet ist, gerade in der Fläche. Vielleicht waren Sie kürzlich in einer Apotheke und wollten ein Blutdruckmittel, ein Antibiotikum, ein Fiebersaft fürs Kind einkaufen und man konnte Ihnen aber das Medikament nicht geben. Wie kann das sein? Warum kommt es bei ganz wichtigen Arzneimitteln in letzter Zeit immer wieder zu bedrohlichen Lieferengpässen? Und was machen die Apotheken? Wie gehen wir mit der Medikamentenknappheit um? Wie steht es um die Sicherheit der Arzneimitteltherapie? Und was ist eigentlich los mit unserem angeblich so exzellenten Gesundheitswesen in Deutschland? Dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich hier in meinem Studio Frau Gabriele Regina Overwien. Sie sind Präsidentin des übergeordneten Berufsverbändes, aller Berufsverbände der Apotheker in Deutschland. Und momentan beschäftigt sie es auch ganz extrem, welche Nöte wir haben in der Versorgung von Patienten. Im Intro habe ich es angesprochen, viele Medikamente sind nicht mehr lieferbar. Wie gehen Sie in Ihren eigenen Apotheken mit diesen Lieferengpässen um? Ja, vielen Dank erstmal vorweg für die Einladung. Das ist ein ganz tolles Format. Also ich freue mich sehr, dass ich hier in Ihrem Talk dabei sein darf und dass Sie sich dieses Themas annehmen. Das ist ein Thema tatsächlich in der Fläche für die Menschen, noch die Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Sie verordnen die Arzneimittel als Ärztinnen und Ärzte, erwarten, dass dann auch die Therapie eingesetzt werden kann. Und dann stehen wir da und müssten nach Lösungen suchen, weil die Arzneimittel gerade nicht lieferbar sind. Und wir haben ja gerade noch jetzt in diesem Jahr ganz aktuell einen weiteren Zuwachs an Arzneimitteln, die nicht lieferbar sind. Die BFAM-Liste zeigt jetzt 25 Prozent mehr Arzneimittel, die nicht lieferbar sind, als es im Vorjahr war. Wir sind bei 500 mittlerweile. Und da braucht es natürlich viel Kooperation vor Ort. Das ist für Sie eine große Last. Das ist für uns ein großer Auftrag. Aber natürlich unterm Strich die Patienten und Patienten leiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dieses Themas annehmen und versuchen mit vereinter Kraft hier für die Menschen eine ordentliche Versorgung sicherzustellen. Und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um zu zeigen, wie es überhaupt möglich sein kann. Ja, es geht ja auch unheimlich viel Ressource den Bach runter. Wir müssen immer mit den Apotheken uns nochmal dann Rücksprache halten. Die Apotheken sind bemüht, sind auch in der Lage teilweise Medikamente zu ersetzen. Machen Sie das auch? Also dass Sie selber dann, ich sage jetzt mal, Fiebersäfte oder sowas herstellen? Ja, wir haben aus der Corona-Zeit eine Verordnung gehabt, die sollte verhindern, dass Mehrfachkontakte in die Apotheke nötig werden für die Patienten. Und da hatten wir viel Entscheidungskompetenzen, was den Austausch von Medikamenten betraf. Das war aber nur eine Rechtsverordnung während der Corona-Zeit. Ganz genau. Die hat aber natürlich über einige Jahre gehalten, fast drei Jahre. Und wir haben die ganze Zeit, weil ja parallel mit der Corona-Krise auch die Engpass-Krise Anwuchs und Anwuchs, sie hat ja in Höhepunkt genommen im Dezember 22, Januar, Februar 23. Und da hatten wir noch diese Verordnung aus der Corona-Zeit. Und nur deswegen konnten wir diese Lösungen bei den Engpässen schaffen und haben gesagt, guckt mal, jetzt haben wir das so viele Jahre gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Weniger Bürokratie, auch weniger Last in den Arztpraxen, schnellere Versorgung der Menschen. Macht das doch einfach zu einer Dauerverordnung im Hinblick auf nicht verfügbare Arzneimittel. Das hat Herr Lauterbach doch auch versprochen, oder? Ja, versprochen wird immer viel. Ist nicht eingesetzt, verabschiedet worden. Genau. Gut, dass Sie das Wort gesagt haben, Dr. Bartels. Das ist genau das. Es wird versprochen. Es wird sehr viel versprochen. Theoretisch hört es sich dann gut an, was man da machen will. Aber in der praktischen Umsetzung haben wir dann viel kritisiert und gesagt, so geht es nicht, so brauchen wir das nicht, so können wir das nicht anwenden. Weil alles das, was wir machen, muss ja digital abgebildet sein. Ich kann ja nicht in einer Liste nachschauen und sagen, ah, heute steht auf der Liste, dass ich das wohl austauschen dürfte. Wie soll ich das später dokumentieren, auch der Krankenkasse gegenüber? So steht es jetzt im aktuellen Gesetz. Genau. Sie müssen immer auf die BFAM-Liste schauen und nur das Medikament, was auf der BFAM-Liste als ersetzbar drinsteht, das dürfen Sie dann tatsächlich ersetzen. Ja, und das können wir dann nicht leisten. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verordnung von Ihnen bekomme, Sie sagen, das Kind soll einen Fiebersaft bekommen, der ist jetzt nicht da. Und ich sage, ich hätte wohl die Zäpfchen da. Möchten Sie denn die Zäpfchen? Das Kind hat auch alles, nur nichts Schlimmes und braucht nur diese Fiebersenkung. Die Mutter sagt, ja, wäre ich gern mit einverstanden. Dann müsste ich jetzt zu Ihnen kommen, Herr Bartels, und müsste bitten, schreiben Sie mir ein neues Rezept aus. Ja. Der, ja, vielleicht sogar das Gegenteil sind, aber zumindest ins Leere laufen. Er ist ein guter Verkäufer, propagiert es als Erfolg. Ja, genau. Aber, was habe ich jetzt gelesen, diese Liste, die existiert noch gar nicht. Nein. Also für den Herbst, Winter wird es ein Problem geben, weil diese Liste gar nicht existiert. Genau, weil die Liste bräuchten wir ja, und dann liegt immer auch der Teufel im Detail. Ja. Die Liste bräuchten wir ja mit konkreten Pharmazentralnummern. Das muss ja für jedes einzelne Arzneimittel dort abgebildet sein. Sonst kann ich das ja nicht übertragen auf das Rezept. Und da stehen dann ja Paracetamol, Säfte und so weiter, so global steht es. Und dann hat man mir gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Frau Overweening, da stehen jetzt 30 Dinge drauf. Die werden Sie sich doch wohl merken können. Das geht nicht darum, ob ich mir das merken kann. Und dahinter liegen hunderte von Pharmazentralnummern. Und das wird jetzt erarbeitet, ist aber noch nicht erarbeitet. Das dauert auch bestimmt. Und deswegen wird es auch für diesen Winter überhaupt gar keine Relevanz haben. Und auch wenn die Liste da ist, ich muss sie in meinem Kassensystem haben, damit ich das Rezept entsprechend auch dokumentativ hinterlegen kann. Unglaublich, ja. Und jetzt können unsere Apotheken das, ja, also von ihrer Möglichkeit in den Apotheken, da sie ein kleines Labor haben und da sie dazu ermächtigt sind. Und jetzt propagiert der Minister noch, dass es in Zukunft Apotheken Leid geben soll. Also ohne Labor, ohne alles. Das heißt, die Versorgung wird, wenn sich das tatsächlich nachher, ich sag mal mal, ausweitet, dieses System, noch viel, viel schlechter, oder? Ja, ganz genau. Das ist die Konsequenz. Auch hier wird wieder eine, ich sag mal, Leistungskürzung in ein Geschenkpaket gepackt. Ihr dürft mehr Filialen machen. Genau. Ich werde dafür sorgen, dass in der Fläche die Versorgung bleibt. Wenn es dann über eine Vollapotheke nicht geht, dann reduzieren wir sozusagen die Anforderungen an euch. Dann könnt ihr doch einfach mehr in der Fläche noch machen. Das ist also so abstrus, das ist so konterkarierend, wenn er sagt, er will eine sichere Versorgung in der Fläche haben. Dann kann man sich das vorstellen, wir haben heute noch 17.800 Apotheken bundesweit. Und die Zahl ist schon gesunken. Genau, wir sind damit, was die Apothekendichte betrifft, im Europa-Vergleich, auf einem der allerletzten Ränge. Ist so, ja. Ist so. Der europäische Durchschnitt liegt bei 32 Apotheken pro 100.000 Einwohner. Und da steigt es. Was ja auch logisch ist, weil wir haben eine immer älter werdende Gesellschaft ja nicht nur bei uns in Deutschland. Wir haben immer auch komplexere Therapiemöglichkeiten. Also eigentlich ist es ganz logisch, dass das auch eigentlich mehr werden müsste. Bei uns werden es weniger. Jetzt haben wir von diesen 17.800 Apotheken 4.800, also ungefähr ein Viertel, haben wir als Filialen. Und jetzt sagt er, diese Filialen müssen das alles nicht mehr machen. Die brauchen keinen Apotheker, keine Apothekerin mehr. Die müssen keine Herstellung von Arzneimitteln mehr leisten, brauchen dann kein Labor mehr und müssen keine Notdienste machen. Diese 4.800 sind aber nicht die, die irgendwo in der Wallachei ganz einsam im Wald liegen und da eine Versorgung sicherstellen sollen, sondern die sind an frequentierten Orten, wo viele Ärzte sind, wo viele Patienten versorgt werden müssen. Und da erwarten die Patienten, Patienten doch. Und auch Sie als Ärzte erwarten, dass das vor Ort alles möglich ist. Das muss doch vor Ort alles möglich sein. Und das aber anders zu verpacken, ich sag mal, das ist eine Mogelpackung. Und es ist so wichtig, dass wir hier sensibilisieren. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hört sich nach Gesundheitskiosk im Apothekenbereich an, oder? Also ich meine, das ist ja so ähnlich bei uns in der Ärzteschaft. Uns werden mehr und mehr die Rahmenbedingungen verschlechtert, sodass ich die Ärzteschaft, dass ich keinen Nachfolger mehr finde für meine Arztpraxis. Und dafür sagt Herr Lauterbach, habe ich schon eine Lösung, dann machen wir Gesundheitskioske. Und so will er jetzt praktisch dann diese Filialapotheken mit der minderen Ausstattung eben halt einführen. Also das ist, und das kriegen wir, glaube ich, halt wirklich nur sehr schwer, auch der Bevölkerung tatsächlich vermittelt, dass diese Gesundheitsversorgung, wie sie Bestand hat, dass die wirklich massiv gefährdet ist, gerade in der Fläche, oder? Das ist der wunde Punkt. Die Bevölkerung hört ganz oft die Politik und hört, was die Politik sagt. Dann kommen sie zu Ihnen oder zu uns in die Arztpraxis, in die Apotheke. Wir versuchen noch alles möglich zu machen, um die Menschen gut zu versorgen. Wir haben das versprochen. Wir sind Heilberufe. Wir haben eine innere Haltung dazu. Das ist der ethische Nasenring, an dem wir uns immer langziehen lassen. Und ich finde gut, dass wir ihn haben, weil das macht uns aus. Das haben wir auch in der Pandemie zusammen gezeigt. Wir in Deutschland mit diesem heilberuflich getragenen Gesundheitswesen, wir sind am allerbesten da durchgekommen, im Vergleich zu anderen, ob Staatsmedizin oder völlig liberalisiert, wie auch immer. Die sind alle schlechter gefahren. Wir haben natürlich durch unsere intrinsische Motivation auch eine Selbstausbeutung an der Stelle vorgenommen, was aber auch in Ordnung ist, punktuell, um für die Menschen da zu sein, um den Menschen zu helfen. Haben das geschafft, flächendeckend, waren die Anlaufstelle, waren auch der Sorgenfresser für die Menschen. Und dadurch haben wir den sozialen Frieden vor Ort auch in der Pandemie gesichert. Das tun wir grundsätzlich. Und deswegen merken die Menschen noch nicht, was eigentlich an Aushöhlung unterhalb der Decke passiert. Und das ist das, was wir jetzt gemeinsam deutlich machen müssen. Denn der Bogen wird langsam überspannt. Wir halten das seit vielen, vielen Jahren aus. Man muss ja auch bitte nochmal bedenken, dass der heutige Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach seit vielen Jahren in der Gesundheitspolitik maßgeblich beteiligt ist. Ob das die Rabattverträge sind, ob das überhaupt auch der Mehrbesitz bei Apotheken ist, der Versandhandel, der zugelassen wurde. Das sind alles auch seine Kinder. Und natürlich, das ist sicherlich etwas, was mitschwingt, auch diese Kinder von ihm sollen jetzt natürlich an Größe gewinnen. Das bedeutet, die Heilberuflichkeit in der Fläche soll reduziert werden. Und wenn wir die Menschen vor Ort fragen, die wollen keine Staatsmedizin. Die wollen auch keine anonyme Versorgung. Die wollen den festen Ansprechpartner, die inhabergeführte Arztpraxis, die inhabergeführte Apotheke. Und die wissen auch gar nicht so richtig, was ihnen da wirklich verloren geht. Das ist es. Und deswegen ist es so gut, dass sie auch den Talk hier machen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Schiene. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jetzt oftmals werden wir ja auseinanderdividiert, auch clever von der Politik gemacht. Ich spreche jetzt nur mal impfen in der Apotheke. Genau, genau. Was gibt es jetzt? Vorsorgeuntersuchung in der Apotheke. So, damit werden dann diese verschiedenen Heilberufe gegeneinander aufgehetzt. Nach dem Motto, was mischt ihr euch jetzt bei uns da noch mit ein? Aber was uns jetzt ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt zusammenstehen müssen. Ganz genau. Also, dass wir tatsächlich Zahnärzte, Apothekerschaft, Ärzteschaft. Ja, man soll auch nicht, wie gesagt, es hat auch keinen Sinn, gegen die Krankenhausstrukturen jetzt zu wettern oder sowas. Nein. Die Krankenhäuser sind auch kaputt gespart worden, übel. Ja. Aber man muss eigentlich jetzt hingehen und gemeinsam aufzeigen, dass es so nicht weitergeht, oder? Da braucht es den Dialog unbedingt. Wenn Politik nach altem machiavellischen Prinzip teilt und dann schön herrschen kann, weil dann sind diejenigen, die man eigentlich gemeinsam bräuchte, um eine gute Versorgung zu realisieren, gegeneinander aufgebracht. Dann verbrauchen wir die Energie aneinander. Gegeneinander, ja, ja. Und anstatt, dass wir sie einsetzen können und dürfen für eine gute Versorgung vor Ort. Und ich glaube, dass wir in konzertierten Aktionen, in gemeinsamen Überlegungen wirklich viel leisten können für die Menschen. Wir haben das ja bei diesem Arzneimittel, bei der Arzneimittelmodellregion Sachsen-Thüringen, das ist das Projekt Armin, da haben wir gemeinsam, Ärzte und Apotheker, die Medikation der Patienten gemanagt, so sag ich es mal. Wir waren digital sehr gut da miteinander verknüpft und da haben wir über die zehn Jahre belegen können, dass die Sterblichkeit der Menschen um 16 Prozent zurückging. Da, wo wir es gemeinsam gemanagt haben, jetzt haben wir auch zusammen beim Gesundheitsausschuss schon vorgestellt, schafft uns doch bitte dafür die rechtliche Grundlage, dass Ärzte und Apotheker das bundesweit machen dürfen. Und da sagt jeder, ja, das wäre toll, aber es ist immer noch keine Rechtsgrundlage geschaffen worden. Und das ist auch eigentlich ein Unding. Ich sehe, ich kann die Sterblichkeit reduzieren und ich schaffe, ohne dass es letztendlich ja große Probleme für die Politik bedeutete, ich schaffe die Rechtsgrundlage einfach nicht. Ich sitze es aus und warte ab, zünde viele andere Nebelkerzen, um mich darum nicht kümmern zu müssen und so bleiben dann die Menschen schlechter versorgt, als sie versorgt wären, wenn wir uns zusammen für sie einsetzen dürften. Ja, aber wie können wir es erreichen? Also ich meine, ist wirklich so, dass ich mittlerweile auch, ich meine, wir haben auch verschiedene Protestaktionen jetzt auch in Rheinland-Pfalz gehabt, wir haben auf die dringliche Entbudgetierung hingewiesen in Lahnstein, wir hatten eine schöne Veranstaltung in dem alten Hotel, wo Lahnstein 92 damals beschlossen worden ist und haben auf die ganzen Probleme hingewiesen. Aber man muss schon sagen, also wie gesagt, ich glaube wirklich, wir müssen noch viel mehr aufrütteln, weil die Dringlichkeit ist geboten. Ich sehe es, wir haben wirklich echte Versorgungsprobleme, wir haben eine Ärzteschaft, die weit über 60 ist im Schnitt im niedergelassenen Bereich und da findet sich kein Nachfolger mehr. Ja, ja. Und ich weiß nicht, was die Vorstellung wirklich da von der Politik ist, das wäre auch fair von Seiten der Politik mal auf den Tisch zu legen, wie sie sich denn das Ganze tatsächlich vorstellen, anstatt das immer so in Nebelkerzen zu hüllen. Ja, genau. Ich habe auch mal gesagt, eine große Berufsgruppe, die sowohl stationär wie ambulant tätig ist, habe ich gesagt, wenn wir mal eine Woche lang keine Anästhesie machen würden oder sowas, das hätte schon massive Auswirkungen. Die Politik weiß das. Die Politik weiß, dass wir uns sehr schwer tun, damit unsere Arbeit niederzulegen. Das Protestieren ist nicht unsere originäre Aufgabe. Das mögen wir auch nicht so gerne. Das mögen wir auch nicht so gerne. Und dass wir das jetzt aber tun, Sie haben es schon gemacht, wir haben es gemacht und wir werden das weiter tun und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das zusammen weiter tun. Und gestern der gemeinsame Aufschlag in der Bundespressekonferenz, KBV, KZBV und wir als Apothekerschaft, das war schon ein wirklich toller Auftakt, um zu zeigen, dass wir hier gemeinsam sensibilisieren wollen. Und ich meine nicht nur wollen, sondern müssen. Das darf die Gesellschaft sogar von uns erwarten, dass wir hier nicht schweigen. Wir müssen das sagen. Wir müssen das enttarnen. Aber Sie haben auch nicht nur die Bevölkerung sensibilisieren wollen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie auch das erste Mal eigentlich als Ansprechpartner gar nicht Herrn Lauderbach benannt haben und das Bundesgesundheitsministerium, sondern Sie haben ganz konkret Kanzler Scholz angesprochen. Und da gibt es ja auch nochmal einen Gesundheitsausschuss, wo parteiübergreifend besetzt ist. Auch das erstaunlich, dass die das alles so mit sich machen lassen, oder? Ja, Herr Minister Lauterbach geht schon dann in den Gesundheitsausschuss oder in die Fraktionstreffen und erklärt diese ganzen Vorhaben als Wohltaten. Und je nachdem, aus welcher Perspektive, wie Sie das eben verpacken, welche Schleifchen Sie noch dran machen. Kennen wir aus dem Landesregelung auch. Genau, dann sieht das hinterher nett aus. Und wenn man aber näher hinguckt, ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht von Michael Ende, die unendliche Geschichte, da gibt es ja den Scheinriesen. Ja. Und das hat mich immer schon beeindruckt. Der sieht also in der Ferne dann eben sehr groß aus. Gibt es auch bei Lukas der Lokomotivführer. Ja, genau. Und je näher er kommt, umso kleiner wird er dann. Und so ist das hier auch. Das sind tolle Vorhaben, das sind große Versprechungen, aber es sind alles Scheinriesen. Und wenn Sie dann im Detail nachgucken, zerfällt die Idee. Und das kann natürlich auch der Einzelne aus den Fraktionen nicht sofort feststellen. Deswegen ist es auch da so wichtig, dass wir die Mitglieder des Bundestages, die Parlamentarier, die ja aus sich heraus wirklich klare Bekenntnisse gezeigt haben zu der Heilberuflichkeit. Die wollen das Gesundheitswesen durch die Heilberuflichkeit, weil sie auch unabhängig ist, weil sie eine Expertise hat, die vor Ort ja auch verankert ist. Sie und ich, wir gehen nicht mal eben ins Ausland, weil uns das hier nicht mehr gefällt. Nein, umgekehrt. Die, die im Ausland irgendwie ihren Lebensabend verbringen, die kommen gesundheitlich immer wieder nach Deutschland zurück. Ganz genau. Und insofern, glaube ich, haben wir da eine gute Chance, dass wir das enttarnen und dass die Parlamentarier dann ihre eigenen Vorstellungen auch mit einbringen in dann diese ganzen Gesetzesprozesse. Zur rechten Zeit über Änderungsanträge. Nur das ist viel Arbeit. Wenn man jetzt das mit dem Bundesgesundheitsministerium klären könnte, wäre das wunderbar. Man hätte einfach kundigen, so sollte man meinen, Ansprechpartner. Aber jetzt ist es so, wir haben 700 Mitglieder im Bundestag. Wir werden ja größer. Das wird dann natürlich schon eine Graswurzelaufgabe, aber der sollten wir uns gemeinsam stellen. Ja, gerne. Ja, ich muss auch sagen, es fällt mir immer schwieriger, das tatsächlich so zu transportieren. Und wir werden halt immer wieder abgewatscht. Aber ich glaube auch, es muss so sein, dass wir da jetzt den Schulterschluss üben. Das ist meiner Meinung nach schon eine kleine Sensation, dass das jetzt funktioniert hat, das erste Mal. Also insofern sind wir da auf dem richtigen Weg. Kommen wir nochmal zu dem Thema, wie gesagt, dieser Medikamentenknappheit. Können Sie mir nochmal erklären, also mir ist es auch nicht so ganz klar und ganz bewusst geworden, woran liegt das eigentlich, dass es jetzt so extrem geworden ist? Also in meinem Bereich zum Beispiel, ich habe jetzt kein Novalgin mehr. Ich bin ja im ambulant-operativen Bereich. Das ist das A- und O-Medikament, das wir postoperativ gerade im ambulanten Bereich eingesetzt haben, weil Opiate ungünstig sind bei ambulanten Patienten. Und das gibt es einfach nicht mehr. Wie kam es denn zu dieser, also ich meine, der Pharma-Markt, ich sage mal, ist so schlecht nicht. Und die Renditen der pharmazeutischen Hersteller sind auch sehr, sehr gut. Soweit ich weiß, haben wir in Deutschland trotzdem so billige Preise, dass die Hersteller lieber dann im Ausland verkaufen. Ich habe immer geglaubt, wir wären die Hochpreisregion. Ja, das sind wir in der Tat nicht mehr. Man muss es vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren. Wir haben ja den Generika-Markt und wir haben den Markt noch der Produkte, die eben noch innovativ sind. Bei den Generika, da haben wir die Preisspirale durch die Rabattverträge, die die Krankenkassen genau mit den Herstellern dann abschließen. Die Krankenkassen nennen die auch gerne Versorgungsverträge. Und da ist die Preisspirale nach unten gegangen. Natürlich kann ein Hersteller nur einen sehr günstigen Preis machen, wenn er auch gewisse Abnahmemengen sozusagen garantiert bekommt. Wenn die Krankenkasse das mit mehreren Herstellern machen soll, das ist ja unsere Forderung, wenn, dann macht solche Verträge mindestens mit zwei oder drei, damit nicht, wenn einer wegfällt in der Produktion, dann die ganze Produktion wegfällt. Aber dennoch passiert es, dass eben dann doch nur Einzelne diese Zuschläge bekommen. Man versucht das dann ökologisch, ökonomisch und auch noch sozial irgendwie auf drei Säulen zu stellen, solche Verträge. Aber unterm Strich, wenn man ganz ehrlich ist, sind diese Verträge rein wirtschaftlich motiviert. Es geht einfach darum, wer gibt den besten Rabatt, das ist dann die Verpflichtung, dass die Krankenkasse diesem Unternehmen den Zuschlag gibt. Heißt es nicht, wenn es nur um den Preis geht, heißt es nicht, dass es auch teilweise, ich sage mal, das eine oder andere Mal das schlechtere Produkt ist, sage ich jetzt einfach? Oder sind die Produkte tatsächlich so identisch und vergleichbar? Ja, bei den Generika muss ja die Herstellung entsprechend der Zulassung erfolgen. Ich würde mal sagen, wenn wir hier im Bereich sind der chronischen Erkrankung, so what. Aber wenn Sie jetzt bei den Antibiotika schauen, da sieht es ja schon anders aus. Da kann ja durchaus auch im Herstellungsprozess, können da Probleme auftreten im Hinblick auf Resistenzentwicklung. Da haben wir ein etwas sensibleres System und da kann man das schon postulieren. Es ist nicht egal, aus welcher Maschine, aus welcher Produktionsstätte jetzt das Antibiotikum kommt. Nur die Produktion hier in Deutschland, Antibiotika zu produzieren, das rentiert sich einfach nicht. Also ich weiß von Unternehmen, die haben hier ihre Produktion eingestellt und sie können sie nicht wieder reaktivieren, weil das Reaktivieren hier weder bürokratisch noch finanziell irgendwie machbar ist. Auch nicht genehmigungstechnisch. Das sind Behörden, die werden alleine schon Jahre brauchen, bis sie eine Genehmigung erteilt haben. Das heißt, da gibt es keine Hilfe. Im Prinzip ist das auch bei uns so. Wenn wir mal abgeschafft sind, dann kann man das auch nicht mehr... Reaktivieren, das muss man auch immer mal deutlich dazu sagen. Absolut. Was momentan passiert, wenn es einen gewissen Punkt überschreitet oder sowas, ist es fast nicht mehr umkehrbar. Genau, der Point of No Return, der Kipppunkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das immer wieder und immer wieder deutlich machen. Und hier bei den Generika ist es so, dass wir im Durchschnitt die Tagespreise im einstelligen Cent-Bereich haben. Im einstelligen Cent-Bereich. Ich weiß nicht, ob es sechs, acht oder neun Cent sind. Da kann ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich keine Sprecherin für die Pharmaindustrie bin. Aber das muss man sich vorstellen. Sie machen eine Tagestherapie im Durchschnitt bei den Generika im Cent-Bereich. Und 80 Prozent der verordneten Arzneimittel stammen aus dem Generika-Bereich. Machen aber nur nicht mal 20 Prozent der Kosten aus im Arzneimittelsektor. Da hat sich etwas eben so nach unten entwickelt. Und da verstehe ich dann, ich habe das jetzt auch in der Konferenz zu den Kinderarzneimitteln erleben dürfen, dass ein Unternehmen, was jetzt in Prag eine Produktion vom Fiebersaft vornimmt, die haben jetzt gesagt, wir werden in einem Dreischichtsystem dort in Prag den Fiebersaft herstellen. Das können wir ihnen aber nur für diese Saison zu sagen. Je nachdem, wie die Preisentwicklung ist, wird das Unternehmen entscheiden, ob es sich lohnt oder nicht. Und im Nächsten ja möglicherweise dort nicht mehr für den deutschen Markt produzieren. Also so simpel ist es nicht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass dieser internationale, dieser globale Austausch, dass der an sich wichtig ist. Ich glaube, sich jetzt zurückzuziehen und zu sagen, nur Europa kann das gut. Ich glaube, das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Wir müssten einfach insgesamt schon sehen, dass ein globaler Austausch... Also über Europa hinweg. Genau, die auch den Wohlstand insgesamt fördert. Und deswegen sind diese Schwarz-Weiß-Ideen, die dann auch von der Politik bei uns geäußert werden, auch wieder fehlgeleitet und würden nicht unbedingt in Gänze zu einer besseren Versorgung führen. Es ist schlimm genug, dass es so weit gekommen ist, finde ich ja. Also bei den Arzneimitteln, ich habe da im Hinterkopf, wie gesagt, wir haben auch dieses Ausschreibungsverfahren mittlerweile ja in Bereichen, zum Beispiel mit dem Röntgenkontrastmittel. Und da sagen mir die Radiologen, dieser Ausschreibungsgewinne hat schon einige Nachteile bei gewissen Indikationen, die sie jetzt einfach hinnehmen müssen. Ja, genau. Weil das ist der Ausschreibungsgewinne. Und parallel dazu laufen dann schon sofort Regressverfahren gegen Ärzte, die sagen, nein, ich möchte aber für meinen Patienten dieses eine Medikament. Und das sind natürlich hochpreisige Geschichten. Ich kann auch die Krankenkassen verstehen, die natürlich da auch sehr viel Geld einsparen können. Aber das haben wir mit anderen Dingen hier in Rheinland-Pfalz zum Beispiel geschafft, indem wir mit den Ärzten und mit den Krankenkassen verschiedene Quoten gemeinsam aufgebaut haben. Und so sparen wir in Rheinland-Pfalz hier enorme Kosten den Krankenkassen, was die Arzneimitteltherapie angeht. Aber ja, also wie gesagt, da müssen einfach zwingend Lösungen her. Vielleicht ist da auch tatsächlich so etwas, wie Sie jetzt hier vor Ort machen, teilweise erfolgversprechender, dass man wirklich regional noch mal drüber nachdenkt, was können wir hier tun. Und zum anderen auch dann sich überlegt, was hat das denn, wenn ich jetzt ein bisschen mehr zu Beginn einer Therapie bezahle, warum auch immer, ob für die Ärzte, für die Apotheken, für die Pharmaindustrie, wir lassen das mal einfach oder fürs Krankenhaus. Was hat das denn für sozioökonomische Implikationen in der Folge? Das guckt niemand an. Es wird der Punkt genommen, jetzt soll der Mensch ein Medikament bekommen und das soll jetzt möglichst billig sein. Wenn er das nicht bekommt, ist er vielleicht fünf oder sechs Wochen krankgeschrieben. Dann fehlt er eben am Arbeitsplatz. Das sind enorme Kosten. Das hat ja der zahnärztliche Kollege so schön mit der Parodontitis. Parodontitis war mir gar nicht bewusst, dass Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen da auch mit in Verbindung gebracht werden. Und wie hoch der Folgeschaden ist, wenn das nicht mehr vernünftig therapiert wird. Das ist ein großartiges Beispiel, wirklich. Das macht das sehr schön deutlich. Ich finde, das müsste auch die Widermitglieder im Bundestag doch sensibel aufgreifen und das können auch die Menschen gut nachempfinden. Das glaube ich schon, ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das betrifft ja, wie gesagt, jeglichen Bereich. Und betrifft ja auch die ganzen Vorsorgegeschichten und und und. Da bin ich immer wieder enttäuscht. Wie gesagt, dass auch Krankenkassen vielleicht auch vom Minister oder von der Ausgabesystematik so gezwungen werden, nur noch praktisch auf ihre Ausgabeseite zu schauen und gar nicht mehr auf die Versorgungsseite. Oder auch die Krankenkassen müssen, das muss man auch vielleicht nochmal betrachten, müssen ja auch viele andere Dinge leisten. Finanzieren, ja, mit denen sie gar nichts zu tun haben. Mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Und diese Verschiebebahnhöfe, die werden ja nicht transparent gemacht. Darüber spricht ja niemand. Sondern es wird ja assoziiert, wenn die Ärzte eine bessere Honorierung haben wollen, wenn die Pharmaindustrie mehr Geld braucht, wenn die Apotheker in der Fläche sagen, wir müssen, nachdem wir jetzt hier nahezu 20 Jahre abgekoppelt worden sind von jeder Entwicklung, müssen sie uns stabilisieren. Okay, dann müssen die Menschen mehr Krankenkassenbeitrag bezahlen, weil ihr wollt mehr haben. Und das ist so perfide. Ja, natürlich. Und das stimmt eben überhaupt nicht. Sondern es gibt ganz andere Zahlungen der Krankenkassen, die dazu führen, dass die Krankenkassenbeiträge so hoch sind. Das sind nicht wir Leistungserbringer. Das möchte ich auch nochmal hier mit Ihnen so richtig nach draußen rufen. Und für die, soweit ich weiß, werden für die Steuergelder, die kassiert werden, über die Spritpreise und sowas, werden auch keine Autobahnen gebaut. Das ist einfach schade. Aber das Geld versickert irgendwo in den großen Topf. Ja, und ja, auch das ist ein Problem, glaube ich, auch so ein bisschen unser demokratisches Problem. Leider sind halt unsere Legislaturperiode, sind halt vier Jahre. Und die Politik denkt immer nur in diesen vier Jahreszeiträumen. Und im ersten Jahr müssen sie sich finden. Im letzten Jahr ist eigentlich nur noch Wahlkampf. Also wirklich sinnvolle, notwendige Entscheidungen, die auch vielleicht das eine oder andere mal wehtun, werden meiner Meinung nach viel zu wenig getroffen. Einfach aus Angst, auch teilweise nicht wieder gewählt zu werden. Ich tingle ihr durch die Landkreise, weil der Landrat Angst hat, wenn sein Krankenhaus geschlossen wird, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, mal daheim gestellt. Aber wenn es geschlossen wird, dann wird er nicht wieder gewählt. Also muss das Krankenhaus weiter existieren. Das sind aber keine sinnvollen und speckmäßigen Entscheidungen, die da getroffen werden. Ganz genau, ja. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da zusammen einbringen für die Menschen, dass die eine gute Versorgung in der Fläche haben. Und da immer und immer wieder hinzugucken und Sie und wir, wir wissen doch am ehesten, wie es eben auch in der Fläche optimiert, verbessert, weiterentwickelt werden kann. Auch die Digitalisierung ist doch eine tolle Option. Das ist ein ethischen Nasenring und keiner von uns ist darauf bedacht, eben halt nur möglichst viel Geld zu verdienen, sondern wir wollen unsere Patienten gut versorgen. Ja, ganz genau. Ich möchte mal ganz kurz wenigstens auf das Thema Digitalisierung eingehen, weil, wie gesagt, auch da sind wir ja miteinander eng vernetzt. Die Ärzteschaft klagt natürlich darüber, dass es sehr veraltete Systeme sind, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt und weniger eigentlich effektiv ist, das, was wir momentan an Digitalisierung haben. Aber Theken sind schon gut aufgestellt. Wie läuft es beim E-Rezept? Ja, das E-Rezept ist für uns schon eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Wir arbeiten auch intensiv daran, das wirklich gut zu versorgen, gut zu handhaben. Und trotzdem ist natürlich jetzt in der Anfangsphase, es ist eine Übungsphase, wir haben auch da holprige Dinge, wir haben auch da Dinge, von denen wir nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Wir haben auch da Fragezeichen bei Dingen, wie können wir jetzt was ändern und wie kann ich jetzt wieder vielleicht zurückkommen, wenn ich noch da das Rezept eigentlich schon, das ist schon weg. Oh nein, ich musste doch eigentlich noch was anders machen. Also das sind Übungen, ich glaube, da brauchen wir auch einige Zeit, vielleicht, ich schätze mal so ein, zwei Jahre des wirklich vielen Arbeitens mit den E-Rezepten, um da ganz firm zu werden, um ganz sicher zu werden, um das sozusagen in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Dann, glaube ich, ist es sowohl für die Ärzteschaft als auch für die Apothekerschaft ein Zugewinn. Und für die Patientinnen und Patienten auch. Nein, wir wehren uns auch nicht gegen die Digitalisierung, glaube ich, das macht weder die Apotheken noch die Ärzteschaft. Es geht nur darum, die Art und Weise der Umsetzung. Ganz genau. Bei uns läuft sie dann auch immer mit Bestrafungsaktionen. Das ist auch immer, anstatt mal ein Belohnungssystem einzubauen, wird immer nur ein Bestrafungssystem eingebaut. Und ja, wie gesagt, wir sind uns da einer, das ist immer einer Meinung, auch der elektronische Medikationsplan, die elektronische Patientenakte, all das wird irgendwann mal Vorteile bringen. Ja. Nur zurzeit ist es eher aufwendiger. Und in diesen ganzen aufgewühlten, momentanen Situationen trägt es jetzt nicht zur Beruhigung. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und man muss auch da, glaube ich, noch mal hingucken. Auch da gibt es ja viele Versprechungen, die noch nicht umgesetzt werden. Es wäre doch toll, wenn wir Ärzteschaft, Apothekerschaft vor Ort, einen schnellen elektronischen Kommunikationsweg hätten. Wir können ganz kurz eben per Messenger-Dienst was rüberschicken. Wir haben als Apothekerschaft auch so einen Messenger-Dienst schon entwickelt. Wir können ihn nur noch nicht mit Ihnen spielen, weil es dafür keine Spezifikation bei der Gematik gibt. Also Sie können nicht in den KIM-Dienst sozusagen mit einsteigen? Ja, der KIM-Dienst wäre jetzt über die E-Mail, das ist ja dann noch mal etwas aufwendiger. Wir haben tatsächlich einen Messenger-Dienst. Also Sie kriegen sozusagen nur die ganz kurze, was weiß ich... Patient hat die Tabletten erhalten. Genau, Patient statt Tablette Saft oder was weiß ich. Genau. Und dann wissen Sie das sofort. Kein Anruf, keine Wadeschleife. Nein, nein. Und das ist natürlich toll, wenn man da hinkommt. Also wir können die Digitalisierung nutzen, aber auch da liegt es nicht an uns Leistungserbringern, sondern auch da kommt dann der, ja, das... Die Rahmenbedingungen. Genau, dass die Politik nicht nach. Und wenn dann Politik noch die Digitalisierung nutzt, um möglicherweise gläserne Patientinnen und Patienten zu schaffen oder die Digitalisierung nutzt, um das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und ihren Patienten zu beeinträchtigen oder möglicherweise Rezepte in andere Kanäle schicken zu lassen, das wäre fatal. Ja, das ist die große Gefahr. Das war ja auch immer die Bremse, die wir da eingebaut haben. Auf der anderen Seite habe ich es ja im internationalen Bereich erlebt, also ich meine in der Schweiz, in den Benelux-Ländern, da ist die Digitalisierung, da lebt das schon, das System. Und funktioniert gut. Und auch diese ganzen Befürchtungen sind da eigentlich eher nachher verworfen worden, muss man sagen. Also da waren auch die Ärzte teilweise übervorsichtig, fand ich. Aber jetzt hört man ja, wie gesagt, diese Daten sollen dann genutzt werden für die Forschung, ich denke für die Forschung auch sinnvoll, wenn es nicht in die Industrie halt rein geht. Wenn die Daten für die Forschung genutzt werden, dann braucht es aber doch auch keine Berechtigung der Krankenkassen, dass sie ihre Patienten dann aufgrund der Datenlage anrufen oder irgendwie kontaktieren dürfen, um ihnen zu sagen, hier gibt es ein Problem mit deiner Situation, mit deiner Medikation oder mit deinem Krankheitszustand. Und das muss da einfach raus aus diesem Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Und genauso muss raus aus dem Digitalgesetz, dass jetzt Krankenkassen ihre eigenen Apps noch entwickeln sollen oder dürfen, womit sie dann ihre E-Rezepte transportieren. Mit Verlaub, die Krankenkassen haben über die Gematik-App ja schon einmal mitbezahlt. Und das sind Versichertengelder. Wieso sollen sie noch mal Versichertengelder nutzen dürfen, um jetzt sozusagen Kassenindividuelle Apps zu entwickeln? Wohin schicken denn diese Apps dann das E-Rezept? Das weiß ich nicht. Also das ist etwas, das war schon alles beiseite gelegt. Und jetzt kommt dieses Bundesgesundheitsministerium daher und will das den Krankenkassen erlauben. Naja, da liegen wieder Wort und Tat. sehr weit auseinander. Wir wollen die Stabilisierung der heilberuflichen Arzneimittelversorgung und dann doch Lenkung und auch Steuerung, vielleicht sogar Manipulation durch Dritte ermöglichen. Tja, wir sind schon beim Schluss. Die Frage wäre eigentlich, was machen wir jetzt gegen den Herrn Lauterbach? Aber da müssen wir uns wirklich mal intern, glaube ich, noch mal zusammensetzen. Meine Idee war mal, den Lauterbach-Montag einzuführen. Und grundsätzlich zu sagen, ohne dass man jetzt streikt oder so, alles, was montags schiefläuft, daran ist der Lauterbach. Und ja, das ist der Lauterbach-Montag. Wenn ich kein Rezept oder kein Medikament habe in der Apotheke, tut mir leid, das ist halt dort Lauterbach-Montag. Wenn ich in der Arztpraxis keinen Termin bekomme, oder der Termin erst so lange, das ist halt der Lauterbach-Montag. Oder irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Oder der Lauterbach-Leiser-Fluss, ne? Ja, genau. Vielleicht sollten wir aber mehr gucken, was wir für unsere Patientinnen und für deren Sensibilisierung, für die Thematik noch tun können, da weiter und weiter zu sensibilisieren. Und da kann ich mir auch gemeinsame Aktionen vorstellen, weil dann können wir mit den Menschen in Kontakt kommen und können denen das sagen. Vielleicht gibt es ja dann ein Umdenken. Schließlich sollten die Bürger eigentlich abstimmen dessen, was sie haben möchten und was nicht. Genau, genau. Ja, wir schließen immer ab mit so drei kurzen Fragen aus eher so dem privaten Umfeld, die ich Sie einfach gerne nochmal fragen will, bitte um eine kurze und knappe Antwort. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie gesagt, Sie kommen auch aus dem Münsterland, oder? Ja, ja. Sie kommen aus dem Münsterland, haben aber in Hamburg studiert. Warum haben Sie nicht in Münster studiert? Ich habe in Münster studiert, das war sehr schön. Ja, Münster ist toll, ne? Aber? Ja, ich habe damals einen sehr, sehr tüchtigen Freund gehabt und der hat in der Nähe von Hamburg gelebt und dann habe ich mich dann für Hamburg entschieden. Das ist klar, dann muss es so sein. Wenn Sie nicht Pharmazie studiert hätten, was wäre Ihr zweiter Berufswunsch gewesen? Medizin. Medizin? Ja, eindeutig. Meine Kinder sind, ich habe vier Kinder und die sind, die älteste ist Apotheker, verheiratet mit einer Ärztin. Die nächsten beiden Töchter sind beide Ärztinnen geworden und die Jüngste hat gerade das Abitur gemacht und wird jetzt Medizin studieren. Aber Ihr Sohn ist Pharmazeut? Ja, genau. Alles dabei. Gerettet. Gabriele, Regina, Overwin. Ich habe mir jetzt aufgefallen, der zweite Name wird immer mitbenannt. Legen Sie da besonderen Wert drauf und warum? Ja, der zweite Name stammt von meiner Großmutter. Die war auch meine, ich bin katholisch eben erzogen worden und ganz genau, da gibt es dann eine Patentante. Und ja, ich habe sie sehr gemocht und deswegen finde ich das wichtig, dass es so in Erinnerung an sie ist. Finde ich toll. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir können weiter aufrütteln und wir bleiben in Kontakt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.